Jetzt haben wir Aquarius können ja machen, Mann. Hast du Aquarius gemacht? Was ist Aquarius? Die Web heißt Aquarius. Nein, das ist Aquarius. Ja. Ja, das ist neben der Kugel. Das ist neben der Kanone. Ja. Da haben sie nicht erwischt. Da hat einer mit der Granaten auf mich geschmissen. Guck einmal. Also. Da hat einer Granaten auf mich geschmissen, dann bin ich beim Haken abgebrochen worden, und dann hat er mich nicht mehr getroffen. Da hab ich einfach weitergekackt. Das ist mal lustig. Ah, ja. Da hat er irgendwie ein bisschen wilder in die Gegend genommen, und dann hat er gesagt, ich muss irgendwas trinken. So. Was machen wir jetzt? Da gehen wir hin. Ich finde das da meistens noch schlimmer als Spion. Du bist jetzt Pirates. Nein, bin ich nicht. Ja, fast. Du bist in der Lobby kurz vor Pirates. Du musst im Grunde bloß da stehen bleiben und Pirates bewachen. Ja. Von der Seite, oder was? Von der Seite, ja. Die können aber hinter dir ist ein Fernseher. Ja, da hinten ist auch du. Und hinter dem Fernseher ist die Richtung gestaut. Boah, da kannt ihr eigentlich was hier pflanzen? Oder? Hm? Wo? Was überholt? Ja. 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 Die können natürlich auch über Pirates gehen, oder so was wir jetzt vorgemacht haben. Das sind 5 einzuzielen insgesamt. Also müssen sie auf jeden Fall Pirates machen. Nicht, ne? Also wenn sie da sind bleiben, dann schon, ja. Ja. Immerlin. Ich... Ja, drill! Ich hab' meinen! Wenn ich da nicht komme... Das ist... Das ist einfach nicht aufgehoben! Weil... Warte mal, wenn wir stehen... Da vorne und dann rechts... Da vorne und dann rechts... Da vorne! Aber klar, ich war bei rechts, rechts, rechts! Da da! Da ist es! Ja... Du durch die Tür durch! Nein, oder? Du stehst davor! Hey, nicht! Ich... Ich hör's! Ich hab's! Da ist noch einer! Hörst du wieder! Ja, ich hab's im Fernsehen! Du hast ja schon! Ja! Sagst du mal, dass du Orgas macht, oder? Nein! Aber ich bin damit so richtig eingegrennt! Oh, warte mal! Ich hab's schon wieder gehabt, glaube ich! Ja! Ich hör's schon wieder, was gehört! Über uns! Ja, Martin! Der liegt für noch eine Minig, oder? Ah, ich hab's! Ah, ich hab keine Maske getan! Da hat er mich jetzt nicht mit der... Sigi gekennterwischt! Was ist denn noch? Für mich ist er... Glauben schon! Also der andere kann ich jetzt nicht anerkommen, so glaube ich! Warum? Weil der andere... Aber der andere ist ja... Und da haben wir umbrach gehabt, oder? Mhm! Er ist ja nicht wie ich umbrach gewesen! Ja, ich kann ja auch anders anerkommen, oder? Allein ja! 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 Na, dann müssen wir jetzt Cäsar hatten, oder? Ja! Das heißt, bei mir ist er jetzt an der Pirates! Ja! Jetzt die Lüftung schafft eine, wo du gesagt hast, dass du was da vorhin liegst! Na! Ja! Doch, das ist doch der, oder? Ja, das haben sie rausgeholt! Ja, ich meine, ich kann ja gar nicht, wo sie jetzt voll ich rein... ...dass sie kommen! Da, oder? Ich glaub, der von mir ist ja noch... Habst du da was hergelegt? Ja! Ja, zwei bei Pirates und eins, das war wahrscheinlich... Ah, nein, das war der Cäsar! Das war wahrscheinlich Giftmine, oder er ist... Ja, ich hab jetzt jedenfalls einen Kippel in der Falle! Ich brauch's noch! Ne, weniger! Ja, ist er! Er war da, der Zwiebel! Der kommt doch da, der Erste! Was soll ich jetzt machen? Der CD-Kummer ist ja jetzt Schwachsinn, oder? Ja, bleib Cäsar und schau, dass... Aber unter mir ist einer! Unter dir? Ja, äh, du bist jetzt Pirates! Ja! Da ist doch irgendwo einer! Sieht doch auf dem Radar! Ja! Und nach der Halt! Jetzt hab ich jetzt voll draufgeschissen! Weil er einen Fanganzug da hat! Okay, jetzt... Gehst du? Ja! Gehst du Cäsar? Was? Affi wieder? Affi und dann um ihn zu Cäsar! Und schau, dass er nicht durchkommt! Was? Durch Cäsar halt! Naja, der muss Cäsar fangen, oder? Mach's das! Er hat jetzt auch die Festplatten in der Hälfte sozusagen! War er einer deiner? Die hat er doch geklaut, was du gerade, so wie ich dich gerade hochgeschmissen gehabt hab! Hm? Der Krum ist aber nicht offen, oder? Ah nein, das ist Regen! Schau, das wär ja kauf! Da? Also ich mein's da bewachen? Nein, nicht da! Oder in der anderen Richtung schau! Dort Richtung Südhanl! Südhanl! Hinter dir! Da! Ach, da! Die sind, genau! Ja, da! Leucht er schon! Da wird wohl irgendwo einer sein! Aber schau auf, dass der Lüftungsschacht auch schön ist! Ah, der ist auch sichrennt, okay! Mein Einsatzgebiet! Von meiner Seite? Da eingeht oder was? Das wird da auf der Map gezeigt! Das sind die Dreiecke, die roten! Ach, da ist er nicht! Ja, der ist ruhig! Komm, wir landen ruhig rennen! Sollt sie dir jagen oder was? Nein, der würde schon nicht ich zu mir kommen! Oder jagen auch ein bisschen! Schau! Schau! Mal schauen, was man an einem hat! Zwischen bevor er es... Ähm! Wenn nicht! Geh wieder Cäsar! Ich schnapp mal da weisse Fiskplatten! Cäsar dann durch den Ton durch schauen oder was? Ja, einfach Cäsar bewachen halt! Hab ich jetzt schon secure! Ich esse schon wieder was! Ich hab auch mal Radar! Wo? Bei den Fiskplatten wird er! Okay! Komm sozusagen vor außen! Ja! Fix! Was? Oh! Das war ich! Das ist ja... Oh fuck! Krass! Granate! Rauchgranate vor außen! Komm mal! Ah! Der hockt da um! Außen? Zurückziehen zu den Einsatzzielen! Du bleibst am besten bei der Festplatten in der Nähe! Also bin ja Festplatten bei Cäsar! Vor allem, wo hat er die Festplatten hin? Wo ist jetzt die Festplatten? Der hat ja die Festplatten aber noch irgendwo umander liegen! Wo ist denn da drin? Wo ist denn da drin? Von mir ist er! Soll ich... Ich mach ja bloß kurz da hin zu dem Dings-und-Addrucker! Ah okay, der ist doch die Giftmine doch von mir! Nein! Von mir! Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Anscheinend! Ah, der Kamin hier! Gasmaßen kann ich Ei wegschmeißen! Warum? Weil es leer ist! Ah ja! Der hat bloß so viel Gas aus! Ja, das ist irgendwie scheiße! Also ich geh jetzt mal wieder zur Festplatte! Also zur Dockingstation! Ja, I see! I see! Roll fire! Roll fire, hab ich gesagt! Ah, von mir steht da noch! Hey du! Das ist halt toll! Wo war das? Ah, das Pferd! Da liegt der! Ah, der war dein! Das war die Giftmine! Das war die Giftmine! Ich hab' die Giftmine! Hast du den Du umgebracht? Oder war das? Oder war das? Wohl! Wir sind jetzt natürlich verstanden bereit! Da kann man aber auch drinnen hohen! So! Ich bin alle ins Falsch mit so einer Knotschel. Ich hab das eh die Ass. Innen drin glaube ich. Tech Room. Tech Room! Ja. Na hinten hinten. Na hinten oder da links? Links links die Tür. Links? Ach da geht's rein? Ja. Sagt er das? Wird gehackt. Mirs. Wo war's da irgendwie? Achtung weg für die Dinger. Da ist auch was. Ja jetzt haben sie es. Und was kann ich jetzt mit machen? Wunder nix. Die sind alle jetzt her. Wenn wir schauen, dass die Pirates wird gehabt, da bin ich. Ich geh Pirates. Äh, haben sie schon. Scheiße. Was bleibt jetzt noch übrig? Cesar und Fistplatten. Zwei Stück. Ich geh Cesar. Ich geh Cesar und die Unifestglappen. Ich denke mal, dass da kommen wir werden. Warum ist es nicht so dunkel? Ja, das war wirklich Pirates. Ja, das war wirklich Pirates. Da gehen jetzt nicht. Also da. Mhm. Also die Fistplatten uns glaubt. Welche? Ja, du darfst. Der Fistplatte ist aber auch nicht. Aber der... Das ist der Kippel. Pirates hab ich. Den Kippel. Äh. Da Fistplatten ist noch nicht. Scheiße, jetzt hab ich da Dinger noch. Das nochmal da. Da hinten? Ja. Also haben sie es nicht mehr geschafft. Dumm, dumm, dumm. Der letztes mal hacken wir nicht, oder? Pirates Mauer. Äh, Cesar machen wir mal hacken. Oder hier denn? Hacken wir. Bei Cesar war es ja nicht direkt abliefern. Also die Fistplatten, wo er jetzt gehabt hat. Es gibt dann noch zwei Defistplatten. Den müssen wir da eine Cesar abliefern. Oh, eins. So schaut das aus. So, was war jetzt der Fehler? Hä? Station haben wir noch. Oh, das ist eben keiner noch wen, gell? Was du jetzt kennt? Was du mal wieder kennt? Ich hab dir folgen können. Heute sind wir nicht im Stern. Station ist aber verdammt graus. Ja, wobei Station, also wenn man mal, dass das erste Ding durch ist, dann zum Schluss, dann die Ziele, die drei, die man da hat, das ist eine unten und das zwei oben, das ist eigentlich schon cool. Ich bin ja damals ziemlich cool. Nein, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Nein, nein, weiß ich nicht, wo siehst, wie das hieß. Hä? Das waren nur vier Sekunden. Ich bin im Rezest-Tempel drin gestanden. Gehen Sie mal rechts über, und ich denke, ich schaff's nicht, ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Wie es heute dieses Ding in die Idee. Was? Man kann sich in Selbsttempel gar nicht das nicht einrichten. Das ist wie geil, der Testbraten. Das ist so mies. Und dann ist das nicht so mies. Bitte aber auch noch ein Zeug, dass du siehst. Ich bin ja nicht. Ja, ich schaff's. Du, du, du. Nein, ich war schon hinter dir gekommen und kam's. Wenn du das nicht machst, dann hält's ich. Ja, dann ist das schon einmal geschafft. Ja im Grunde musst du ja über die Vorwege und den Pumpdattl legen. War da? Naja damit du ins erste Ding reinkommst. Im solchen Bereich halt. Ja genau. Im Grunde kannst du ja entweder links über den kleiner Zaun, also sozusagen die Autozufahrt in die Tiefgarage oder du kannst über so eine Lüftungsschacht, der ist eigentlich von den Xenic.